Langsam, ich platzle gleich, ja? Soll ich ausrasten einmal? Ja, okay, okay, okay. Ein Moment, ein Moment, ein Moment, ein Moment. Aber hol mir mal so eine Prominente rein, eine Prominente. Ich suche doch so krasse Leute, so breite Leute. Ich will jetzt einen Breiten seiner Karriere beenden. Hast du mich verstanden? Jetzt, jetzt, jetzt. Ich meine... Ewa! Ozan! Hallo! Wie geht's dir, Bruder? Darf ich mit dir reden überhaupt? Muss ich erst mal Genehmigung machen? Nein, du musst erst mal mit mir reden. Stimmt das, Ozan, oder? Bist du irgendwie lustig geworden? Ein bisschen, Bruder. Ey, du Johnny-Sens. Sei mal leise. Du siehst aus, wie sein Cracky aus Frankfurt Bahnhofsviertel, ja? Ja, Bruder, ich bin auch ein Cracky. Siehst du auch aus. Ja, Bruder, ich bin doch dein Daddy, Ozan. Dein Daddy ist so Cracky wie ich. Das Einzige, was du bist, der Mundnehmer von Igli Schröder. Oh, das mein Schatz. Das bist du. Igli. Das bist du. Guck mal, der hat auch richtige Blaselippen. Ich schwöre, ja? Ey, ey, warte mal, okay, warte, okay. Ich schwöre, ich schimm dich, ja? Okay, 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 okay. Er ist kein Mann in meinem Augen. Ist kein Mann. Okay, 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 okay. Mann, der Spritz ist kein Mann, Leute. Okay, okay, okay. Mach deine Stimme runter. Okay, okay, Ozan, da wird es. Mach deine Stimme runter. Das ist... Aber du da unten... Mach deine Stimme runter. Ey. Mach deine Stimme runter. Mach deine Stimme runter. Rede bitte genau so, wie du aussiehst. Mach deine Stimme runter. Rede so, wie du aussiehst. Genau wie eine Frau. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, wie der aussieht. Der zubst seine Augenbrauen wie eine Karri. Der hat Lippen wie Zubst, wie eine Karri. Wie macht er glücklich gemacht? Nase hat er auch operiert. Schäm dich. Guck mal, der hat einfach Hyaluron in seine Lippen. Ey, komm mal, komm mal, Asan, komm, komm. Geh da raus, 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 du Hund. Geh da raus. Ein kleiner Köter bist du. Mach deine Stimme runter. Mach deine Stimme runter. Mach deine Stimme runter. Komm mal, der Lippen an.